.. .. D Heute mit einem… .. .. Was machen wir besser? Richtig wir spielen ni Karim, Korean way Gut gut Kein Flash. Sehr gut, es hat geklappt, wie wir es gesagt haben. Mitte ist am pushen, wir gehen uns unsere Bot-Side schnappen und dann mal gucken, ob wir ganken können. Oh, jetzt holen sie auch noch wei. Bisschen Salz in die Wunde. Das Nummer dabei, da ist viva, viva, Kolonial. Wer ist das? Wer ist das? Ah, shit. Hier, wir gehen wieder. Bye, bitch! Wo wir uns im Fage und dann geht die Party ab, ne? Ist ja auch seiner Ult geflasht. Gut, die Ezreal Ult hat mir geholfen. Weil, ihr macht so viel Schaden, ne? Hol ihn dir her. Ja, ja, ja. Schön, also schön, schön, schön. Gut. Gut, wir sind noch im Game. Woooo, damit habe ich nicht gerechnet. Egal, Drake. Eine Tower. Wir sind jetzt bei dem T3. Das ist doch alles ganz jude. Nehmen wir mit. Nehme ich so mit. Oh, hallo Vega. Oh, hallo Vega. Meh, heh, 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 heh. Zuuuu. Hm. Gut. Oh, ich bin tot. Nein, ich habe nur auf Vega geachtet. Die Null hätte da stehen bleiben können. Pole Damage, Vi oder Lethality, die macht echt Schaden, ne? Das hätte ich gar nicht gedacht. Also, ich glaube nicht, dass die neuen zwei Jinx gegen die was machen könnte, wenn ihr auch mal drauf ist. Oh, oh. Das hat er uns verarscht, der Päsant. Hoppa. Warum ich? Nein, ihr Schweine. Schnell, Guardian. Nein. Egal Leute. Hat auf jeden Fall auch ne gemacht. GG.